Ich züchte seit Jahren Rauhardackel, hier in meiner grünen Oase, mitten im Ruhrgebiet. Heinrich ist der Stamm meiner Truppe, er ist Europasieger und dazu gehört neben viel Liebe auch ein gutes Futter. Ich füttere Pahl. Man sieht gleich die vielen Sorten Fleisch. Biggie Bouts! Da gibt's kein Haltenbeer. Im Pahl ist alles drin, was Sie brauchen. Und es schmeckt Ihnen. Für mich ist Pahl also das Qualitätsfutter schlechthin. Pahl mit fünf Sorten Fleisch. Von erfolgreichen Züchtern empfohlen.